Ich werde den, ich werde den Enkelkinder zusammenschlagen. Wir brauchen Hilfe an alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige Personen zu Fuß gesichtet. Ha 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 ha! Wenn die wüsst, wenn die wüsst. So, warte mal, wir müssen noch was markieren hier, ne? Dann machen wir das. Ah, ich fahr jetzt hier lang. Genau, Spiel. Spiel, das ist kapiert. Brauche Spiel. Achtung, 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 ein bisschen vorbei. Lass mich mal durch, ich hab's eilig. Oh, Alter! Kein Kratz und meinen neuen Lack. Was? Das war eine hässlich fette Fliege, was ich da hatte. So, kurz einparken, schick vorwärts. Perfekt, das kann man so stehen bleiben. Boah, Alter, was für eine fette Fliege auf dem Lack. Och Gott, Mann. Die Reinigungskosten wieder. Nee. Auf den Boden! Was ist das denn für ein Geschrei? Was ist das denn für ein Geschrei? Was ist das denn für ein Geschrei? Ich kann das von hier aus nicht so genau erkennen. Hm? Boah, ich dachte grad. Ich dachte grad. Scheiße, jetzt kommen wir sie. Jetzt geht's ab. Oh. Oh. Erzähl mir von Two Dicks Glücksspiel, Scheiße. Der Boss hat irgendeinen Niggerboxer in petto. Ich kann euch zeigen, wo. Ich will dich sterben. Danken kannst du mir später. So, du bleibst mir da schön liegen, ne, mein Freund? Ja, das gibt's gut, Geld, Glücksspiel. Da kommen wir schon Kohle-Upgrade, schon bis zum Geld nehme. So. So. Hier gibt's noch Medipacks, brauchen wir aber keinen. Sind wir so weit gesund. Alle kommen nicht durch. Hallo, was haben wir heute bestellt? Nichts? Auch gut. Hier gibt's nix. Money-technisch oder so mehr. Na, hat doch ein bisschen was. Ist hier noch was in der Kasse? Äh, ne, da war vielleicht mal was drin, weil wir gestorben sind. So. Oh, meine Kratzer aus dem Lachs sind raus. Da müssen wir mit den Blutflicken von dem großen Insekter. Da unten? Nee. Ja. Aber? Nee. Nee. Da fahr ich doch noch mal. Müssen wir mal ein Auto fahren, aber ist nicht schlimm. Dann gucken wir's mal das ganze von hier aus an. Ja, das Auto geht jetzt mal gescheit um Kurven und flippt nicht völlig aus. Kann schon mal höhere Geschwindigkeit ein bisschen fahren mit dem Bock. Wuhuhuhu. Wenn man nur trotzdem quer geht, kann er allemal. Ha, ha, ha. Wuhuhu. 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 Wuhu. Wuhu. Wuhuhu. Wuhuh. Ja, klar, das Gebüsch ist unzerstörbar, ich hatte vergessen. Oh, verzeiht. es würde die hauptexte nicht rausgefixt jetzt werde ich da kaputt habe ich die reing an der neue wenn wir gespannt was läuft läuft gut dass ich gerade jetzt mal sauber durchfahre 237 schon drin haben es überlebt alles gut alles gut überspringen hat doch naja guck mal was wir abgekürzt haben jetzt nur die andere abzeigung links ja ich finde es auch praktisch immer so lange strecken gefahren du kannst jetzt wissen du kannst nichts erledigen mal jemals essen gehen wir trinken whisky das nicht voll sind kurz eingehalten ja schnauze hallo wo es war das so frei eddy kenner befreien ist schlecht klar so hallo mal gerade einer die hier mal nachladen buggy 20 schuss im magazin ist gut gut ja 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 Da renne ich gerade hin und habe das angeschlauchene Sau, geil. Der hat die Kurve gekratzt. Könnte man... Annehmen, Idiots. Okay, ist definitiv kaputt. Hi Eddie. Komm gleich, Sekunde. Brauchen wir noch ein bisschen Geld? Glücksspiel und so? Da können wir alle umgehen mit dem einfach. Oh, das schaust du jetzt ungefähr. Wenn es dunkel ist in der Nacht, ist das bestimmt übelst gut. Hä? Da fliegt mir gerade noch Geld rum an. Stück mal die Knarre ein, Alter. Ist ja widerlich. Was? Der kommt da nicht hoch, obwohl da eine Treppe ist. Jetzt halt aber die Schnauze. Weh, du kommst ja nicht durchgeschwommen. Meine Fresse. Ich habe gedacht, ich kann da jetzt rüber laufen kurz. Jetzt komm, jetzt ziehe ich aber da hoch. Danke. Arsch du. Echt. Ne, also, so ist es gerade aus. Ach, das ist Geld. Sehr schön. Da ist Eddie. Komm, wir bringen dich hier raus. Kannst du laufen? Ja. Gut. Du solltest nämlich weg sein, wenn Tulix Leute dich suchen. Komm. Ich bin verdammt nochmal schon weg. Wir frei, Eddie. Sehr schön. Genau, wir wissen noch nicht, wie der aussieht. Ah, okay. Bist du der andere kleine Bruder da? Nein. Oh, ist das denn so komisch? Ich habe Helem geschluckt. Sehr viel, Helium. Die Teilnehmer haben kurz vorbeikommen und unsere Manier abholen. ja ja mach mal komm mal komm mal komm mal ja herausforderung ich man schöne autowaren risiko belohnung dann mache ich eher dich so komm jetzt halt die fresse die delphine rufe meine güle nein mann ganz ruhig braun achtung auto wir kurzen ab oder auch nicht zu langsam brauchen auto ich bin im bayou und brauch was zum fahren ich bin im bayou und brauch was zum fahren den stock besoffen könnte nicht mehr fahren wenn mein leben davon abhänge oh da ist aber ach so das sind böse menschen und klack da bricht der schwarze halt einfach mal ein ne hast du die hippie braut da hinten gesehen ich glaube die hatte kein wo ist der scheiß barkeeper ich verstehe nicht wieso die dauernd protestieren müssen ich bin im bayou und brauch was zum fahren ich bin im bayou und brauch was zum fahren so jetzt bringen wir eine karre alter ich raste aus mann ich bin ja schwarz ab die kohle er damit siehst du ich bin voll auf einmal auf einmal sagt er einst du würdest dir wünschen für den kognitiven zu frühstücken weil es angenehm war wie das mit anstecken würde meine ich weg hier ich bin aggressiv ich denke ich stück du von ihm ist auch gleich recht okay ich habe zwar egal ich habe die physik mit ganz kraft abgebremst und dann haben sie gezogen und dann hat sich nach links weg gedreht habe rechts gegengelenkt was ja eigentlich logisch ist aber ich mir das keine ahnung hat irgendwie funktioniert so viele kurven auf einmal auf dem mann mario karton oder was ich für mein alter viel so viel kommt die mit klar oder können aber durch was auch da hat er geschützt und auf die straße ist der behindert nehmt mir war noch ein stück vor ach super ich dachte gegen gang durch so ganz von vorne zehnmal dann leute es sind ziemlich leicht an leute das ist ein das gefällt das ob Komm mal raus. Komm, komm. Put, put. Lauf, 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 lauf. Ihr könnt ihn haben, wenn ich fertig bin. Scheiße. Scheiße, ich sitze hier. Ich habe hier auf seinem Konto. Ich verpiss mich. Ich kann es nicht sehen. Komm. Ah, schönes Nachtsichtgerät. Ah, das gibt es doch nicht. Ja, klar. Der sieht mich. Ich bin schwarz wie die Nacht und sowas. Das reicht aber. Das kann man selbst haben. Das hat es überlebt. Also, Boogie, das war jetzt... Mua. Ne, das war jetzt aber mega... Aber hier gibt es noch einen Kohl zum abkassieren. Sehr schön. Hä, bist du behindert? Also, Schorschützen wir weggelassen. Nö, das ist es nicht. Hä? Ach da. Sehr schön. Die gute Knarre. Du bist verrückt. Da vorne war es auch rein. so gut dann knacken wir aber noch kurz den Telefonverteiler da auf jeden Fall oh, okay kann man auch nicht liegen lassen nein, 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 nein so was? jetzt los, hack mal was ist der blauen über mir, das heißt ich kann da ja, ich kann da rein verdammt zack, jetzt wie ist kein Bock da, als schwarzer bricht da hin ich bin, ich muss den Telefonanschluss sperren hier ich bin von der örtlichen Schrottikon von der örtlichen Telefonanbieter hier halt oh, Playboy juhu schönes Bild ich muss nicht sehen, es ist zu brutal klappt das? hui wohnert sich geklappt 10.569 könnte das wehtun, wenn wir das Geld jetzt verlieren? öh vielleicht das ist von anderen Hörern noch geflogen und hat es irgendwie überlebt das röpfe ich manchmal nicht dieser Falldamage wird manchmal in manchen Spielen in einigen auch sehr, sehr gut äußerst 5.000 fick die Hölle, Alter hey Lincoln checkst du den Laden? Marcano hat hier ein gutes Geschäft laufen aber wir arbeiten daran das ganz höher treffen naja, weil das war ja so für die halbe Höhe der hat eigentlich im Grunde schon wieder einen Fallschaden kriegen müssen einteilig aber ist egal ne? Spiel ist es ja bunt ich könnte hier in Southdowns eine Lieferung geben warum hab ich mich in der Schrotze? aber fahr hier rein hierher an mich nicht, wenn es geht danke sag mir mal, was du brauchen kannst äh 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 pistolen schaden ja ne, sind die Schallgedämpften die waren scheiße boah, die ist aber von der Präzision und der Kapazität und Dings sind nämlich die ist die besser ne, ne, ne kann man nicht irgendwas verbessern hier bei ihnen zufällig nö kann man nicht äh Gewehre ne geht auch ne, normalen Schuss maximal erhöht die Treffgenauigkeit um 60% mit mehr Munition Kassandra braucht ein bisschen mehr Spezialwaffen V2 Berg oh Hartman 100% Feuerrad Null Kapazität das wäre cool okay Sprengstoff voll 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 Fahrzeugtuning Verweser Speedup ne armel nein aber noch 1,8 du funk der du weißt wie du mich finden kannst äh ja ja ist bekannt ist bekannt ist bekannt ist das mal kurz Auto nein ach super das war der falsche sieht witzig aus jetzt hab raus aus dem Bock grüß dich das ist eine große Hilfe so und jetzt aber das richtige neun schlitten in south downs irgendwas schnelles ich bringe ihn dir sofort rüber besser am getriebe auf jeden fall mhm baby 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 uuuh jetzt hab jetzt raus da hab und furcht nicht in meinen Sitz rein du Drecksack ah da müssen wir hin okay das ist eine große Hilfe ja übertreibs halt wir brauchen bessere reifen für mehr kontakt auf der straße definitiv gott 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 brems doch ja ich bin gerade aufgefallen meine Fresse viel zu viel Pässe ist auch für ihn viel geiler mit dem Turbo aber jetzt mit dem Getriebe ist er total überzogen der flippt ja völlig aus der Karre oh der automatisch leer schade ich hab gedacht da wäre vielleicht noch was drin dann halt nicht enttäuscht mich halt einfach für das Spiel ist recht lass mich mal rein juhu keiner will mehr wetten seit du auf Two Dicks los bist yep hey was immer du gemacht hast Eddie befreit oder so aber Two Dicks kam in der Boxhalle vorbei war stinksauer was sagt er hat sich mit nem Boxer angelegt und mit der Waffe rumgefuchtelt hat zu einem von seinen Jungs gesagt er wäre dann in Wilcox Saloon trainier du weiter für deinen Kampf ich kümmere mich um das Arschloch weiter das Arschloch Two Dicks wartet auf dich oh ja das Söller oh ja der wird schon eines Mal noch kriege der dreckete Hund da mit seinem Klickspiel ne das ist sorry wenn ich da in den Dialekt aber ich bin irgendwie naja witzig ne aus der Richtung war mich nicht da oder aus drüben ne 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 komm echt nicht komm mal ich bin sch*** Wobbel in den Gläder jetzt beiß doch mal auf ich muss Spritz sparen ja Gottstuhn radisch meine Fräse können wir gerade mal ich kann keine Autofahrne hier Grastacke sooo dann die nächste rechts dann fahren wir etwas links habe ich mitbekommen ich will einfach auf die Reifen oder Kontakt zur Straße suchen und einfach den der mitbefinden weil so viel viel zu viel Druck vom Getrieben oder ist jetzt im Kopf juhu so sind Autos yo oh okay ich bin in die Richtung geboxt dankeschön sehr sozial von denen macht nicht jeder da gibt es bestimmt so einen Hineingang das ist genau mein Ding nämlich so was ja da nämlich hoffentlich versteckt er sich dann gleich wieder der Herr Kollege der Herr Kollege war das wieder die verdammten Kids vielleicht viel Geld danke was liegt an Blöten, 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 Blöten! Man legt ja den umhäufig. Ah, der da drüben, okay. Verschwindet hier! Verfluchter Mist! Ich mach dich haltet auf, verfluchter Scheiße! Oh, scheiße! Verschwindet hier! Lass mich deine Innereien sehen! Okay, später. Mit der Scheiße hab ich beim Aufstehen aber nicht gerechnet. Oh, Jesus! Oh, scheiße! Ich muss nachladen! Ich bin eingetroffen! Siehst du nicht, dass ich versuche, den Kopf einverziehen? Ich bin eine Granate! Granate! Weg hier! Zeit zum Töten! Ich hab den Schwanz, Lutscher! Hm, wir brauchen eine andere Position, ne? Das entscheidet ihm noch. Ich wär grad wie stört. Oh, falsche Knarre! Mein Fehler! Da! 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 Seht ihr ihn? Was? Was? Was hab ich nicht? Nicht so! Halt halt! Jetzt verarsch mich doch, Nentermann, Clay! Was geht denn bei dir für ein Fickfilm? Was? Halt halt mich! Halt mal den Deckung! Hm! Ich muss nachladen! eine moderne stadt in der die tradition der südstaaten noch heute ihren platz hat